Lahm, Mario Götze. Jetzt ist er, und? Ja, das ist der Ausgleich. Da sah die Abwehr aber nicht gut aus. Sie sahen schon aus wie die sicheren Sieger. Und jetzt fällt der Ausgleich. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal betrachten, diesmal mit einer anderen Kamera aufgenommen. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal betrachten. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal betrachten.